So, hallo! Heute geht es in den Grundlagen der Messtechnik weiter mit der Analog-Digital-Wandlung. Genauer gesagt, ADC-Wandler. Wandler kann man sich sparen, ADC würde reichen. Also gut, Analog-Digital-Conversion-Wandler ist jetzt deutsch nicht so richtig gut, aber manchmal macht man solche Fehler. Nun sei es drum. Also AD-Wandler und vor allen Dingen wollen wir uns um den Parallel-Wandler kümmern zunächst. Das hat zwei Gründe. Also der Grund, warum wir das zuerst machen, ist einfach, man versteht ihn am besten und am einfachsten. Der zweite Grund ist, er ist der Wandler, den man im Oszilloskop sehr häufig findet. Nun, das wäre der Grund, ihn als zweites einzuführen, aber didaktisch macht es in dieser Reihenfolge am meisten Sinn. Und wenn wir uns den hier mal gerade raussuchen und dann auch... Na, den Rest kann ich ranmalen. Okay. So, jetzt müssen wir uns den einmal greifen hier. So, hier unten, was ich vergessen hatte, oder was noch dran muss, muss noch der Masseanschluss dran. So, und was haben wir dann da? Diese Dinger hier, schreibe ich einfach mal hin. Das 1 sind nichts weiter als Komparatoren. Und zwar liefern die irgendeine Spannung U aus gleich, naja, öpsa. Was haben wir, sagen wir mal 5 Volt, also ein High-Pegel, gleich High für U+, größer U-min, U-minus und 0 Volt. Oder vielleicht sogar einen negativen Pegel, jedenfalls Low, gleich Low für U-minus, größer U+. So, das ist mal das eine. Das heißt also, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir ansonsten als Kaskade haben, da haben wir nämlich eine Referenzspannung. Und diese Referenzspannung, wir arbeiten hier mit einem 3-Bit-Wandler. Das werde ich gleich noch erläutern, warum das genau ein 3-Bit-Wandler ist. Ich hätte natürlich auch einen 8-Bit-Wandler hier hinzeichnen können, aber der hätte auch nicht aufs Blatt gepasst. So, mit einem 3-Bit-Wandler. Und da gibt es eine Referenzspannung, das ist die hier oben. 2 Referenzspannungsquelle. So, und die entspricht in diesem Fall 7 U-LSB, weil das ja auch genau die 7 Schritte sind, die wir hier brauchen. 7 U-LSB. Wir haben ja bei 3-Bit genau 7 Schritte. So, und die werden jetzt aufgeteilt auf insgesamt, zählen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ein halber, da ein halber macht insgesamt 7 R. Das heißt, der Spannungsabfall über jedem R hier ist gerade genau ein U-LSB. Und hier unten, wer es nicht sehen kann, haben wir nochmal eine halbe U-LSB. So, dass wir jetzt also sagen können, wenn die angelegte Spannung, das ist die hier, da U1. Wenn die jetzt ansteigt, und die ist an jeden von diesen Plus-Angängen eingelegt worden, dann wird der erste Komparator dann zuschlagen, wenn U1 über 1,5 U-LSB geht. Also hier K1, K1 geht auf High, wenn U1 größer 1,5 U-LSB ist. Und K2 geht auf High, wenn U1 größer 3,5 U-LSB ist. Und so weiter. Und der letzte, der K7, K7, kann man schöner schreiben, K7 gleich High, wenn U1 größer, naja, können wir auch einfach ablesen, 13,5 U-LSB ist. 13,5 sind genau 6,5 U-LSB. Okay, so, das heißt also, wenn die Spannung hier steigt, dann füllt sich das Ganze von unten auf mit High und am Ende hätte man eben so Folgen von entsprechenden Highs da dran. So, das heißt also, wir würden jetzt hier, wenn wir uns das Ergebnis mal angucken, was da passiert, ich greife mir das mal raus, damit ich das nicht alles hinschreiben muss, das könnte man natürlich auch tun, aber das hilft jetzt so didaktisch auch nicht so richtig viel weiter. Also, die X, die da hinten rauskommen, an den Flipflops, das hier sind noch Flipflops, wozu man die braucht, sage ich gleich auch noch. So, dann sehen Sie, wie sich die X hier auffüllen, von rechts nach links mit verschiedenen Einsen und das Ganze muss jetzt noch in den digitalen Wert Z umgesetzt werden mit so einem Decoder, der hier ganz fett darüber gezeichnet ist. Das ist einfach nichts weiter als ein logisches Netzwerk hier und dann haben wir eben hier das Z als die binäre Zahl oder den binären Ausgang. So, das war es eigentlich schon. Sie sehen, wie sich das langsam auffüllt. So, wofür braucht man die Flipflops? Es kann natürlich passieren, dass die Komparatoren unterschiedlich schnell arbeiten und dass dann aus irgendeinem Grund, weil Rauschen drauf war, weil irgendwie die Spannung sich erhöht hat oder so, die Situation vorkommt, dass sie eben nicht wirklich eine Auffüllung hier haben, also dass nicht immer der Zustand gegeben ist, dass alle Werte eins sind und die rechts davon dann auch alle eins sind, sondern könnte auch zum Beispiel mal eine Null dazwischen sein. So, dann kann es natürlich passieren, dass der Decoder irgendeinen Mist macht. Das heißt, deswegen will man die Werte zwischenspeichern und erst zu einem definierten Zeitpunkt wird über ein Clock-Signal, das da in der Mitte steht, also das hier, wird über ein Clock-Signal der Ausgang freigeschaltet und wird der binäre Wert an den Decoder weitergegeben, damit der den dann auswerten kann und den digitalen Wert daraus generieren kann. So, was haben wir denn hier für Vorteile von dem Gerät? Also zunächst einmal der Parallelwandler, das gilt natürlich alles für den Parallelwandler. Er ist sehr schnell. Sie können sich das überlegen, es geht alles parallel und so schnell wie die Komparatoren sind und die Logik dahinter, so schnell ist dann eben auch der Parallelwandler. Man schafft hier mehrere Gigabit oder Byte pro Sekunde. Er ist konzeptionell sehr einfach. Also man kann sich das leicht vorstellen, wie er funktioniert. Das haben die meisten jetzt wahrscheinlich auch verstanden. Und er ist natürlich, und das ist der Nachteil, er ist sehr aufwendig. Nämlich man braucht 2 hoch n minus 1 Komparatoren. In dem Sinne hat man natürlich eine ganze, ganze große Menge von Silizium, das man da verbauen muss. Und das würde letztlich heißen, wenn Sie jetzt also hier einen 8-Bit-Wandler erkämen Sie auf 255 Komparatoren oder bei einem 16-Bit-Wandler kommen Sie schon auf 65.535 Komparatoren und das ist natürlich eine zum Teil verbietende Menge. Trotzdem eingesetzt werden Sie natürlich da, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Und das sind im Wesentlichen die Oszilloskope. Und Oszilloskope haben tatsächlich sowas auch eingebaut. In der Regel eben dann auch nur auf 8-Bit begrenzt. Außer Sie nehmen eben super duper richtig klasse Oszilloskope. Aber das Standard-Digitale Speicher-Oszilloskop hat eben einen 8-Bit-Wandler drin. Und ja, dafür ist es eben schnell und man kann damit dann vernünftig arbeiten. Hier ist der Parallelwandler nochmal gezeigt in der Simulation. Wie Sie ihn auch auf meiner Homepage finden, Sie sehen die URL oben eingeblendet. Er ist nicht von mir, ich bin von jemand anderes, von Falstad. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Das ganze Ding wird auch Flash, weil er eben schnell ist. Flash, Analog, Digital, Converter genannt. Und können Sie jetzt mal laufen lassen. Und da sehen Sie, da wird eine Spannungsrampe angelegt, hier auf der 50 Hertz, auf der rechten, rechts oben. Und die steigt an. Und dann sehen Sie, wie die binären Werte am Ausgang eben hier durchtasten von Low, Low, Low auf im Endeffekt dann High, High, High irgendwann. Das können Sie sich in Ruhe nochmal anschauen. Das macht jetzt in der Vorführung hier wahrscheinlich relativ wenig Sinn. So, und damit verabschiede ich mich mit diesem Thema.